Willkommen zu einer neuen Runde Battlefield 3 Heute spielen wir wieder Operation Metro Ja Das ist sozusagen mein Warm Up So, wir führen Wir sind auf Seiten der Meccaner Und ich habe heute noch keine Runde gestartet Deswegen ist das hier meine erste So, heute will ich mich heißen und über Battlefield Nachfolge unterhalten Jetzt drüber quatschen Also Letzte Woche irgendwie angekündigt das neue Battlefield Teil in der Mache Ist ja also glaube ich Ende nächstes Jahres rauskommt Und Ähm Name steht noch nicht fest Es muss ja nicht unbedingt ein Battlefield 5 sein Es könnte ja auch Battlefield Battlefield 21 43 sein Oder genauso gut auch Battlefield Band Comedy 3 Wissen wir noch nicht Also wissen die noch nicht natürlich Und Ja Bin ich schon gespannt drauf Ich werde immer Ende des Jahres feststehen denke ich mal Wenn sie es denn bekannt geben Und ja So Wo Was ich mir jetzt natürlich wünschen würde ist Dass es natürlich erstens mal ein stabiler Launch gibt Ja sowas wie mit Battlefield 4 können sie sich nicht nochmal leisten Und Und Ja Neue Waffen natürlich Mehr Waffen Vielleicht Mehr Gadgets noch Spezielle Gadgets Mehrere Zum Beispiel Nicht nur Nicht nur beim Medic Zum Beispiel nur halt Medipacks Und dann Vielleicht noch andere Dinge Keine Ahnung Vielleicht jetzt nicht frontal Äh Nix ein Aber Halt so halt Je mehr desto besser So Denn Ja Wieder vielleicht so Klassik Maps Wie zum Beispiel in Battlefield 4 Finde ich auch Persönlich Sehr gut Also Sollten sie Beibehalten Und Als zum Beispiel Mehr Karten Vielleicht ja nur Geradeaus Battlefield 3 Hier Grained Bazaar Was ja wahrscheinlich nicht Battlefield 4 kommen wird Ist ja Grained Valley in der Mache Aus Teil Teil 2 Was? Mist Und Achso Ah Ah Ich bin ja mal kurz kurz hinterher Gleif Mist Mensch Wo ist der denn? Wo ist der denn? Er liegt da rum Okay Ist das eigentlich in Ah Scheiße Mist Das ist ja ein Dingserver Boah Zum Glück Ich bin fast runtergeflogen Ich bin fast runtergeflogen sonst echt Ich darf ja gar keine Karten anlegen So Also Kommen wir jetzt zurück zu 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 Gained Valley Genau Also das ist ja bisher die erste Remap Mag Von Dice Los Angeles Also Ob noch mehr von erscheiden werden dieses im Laufe des Jahres ist auch noch nicht bekannt beziehungsweise noch nicht bestätigt Hoffentlich Also Aber ausgeschlossen sind zumal schon die Battlefield 3 Karten und Wollten nämlich für extra für passend zu Battlefield 4 eben so große Karten und und aus älteren Teilen halt ähm Remaken und deshalb hat man sich da klar gegen Battlefield 3 entschieden Ja Mal machen ist halt so Hätte mich da schon riesig auf auf Damawand oder so gefreut war ich ziemlich geil ich hab gerade im Rush-Modus als Conker's Map ist sie nicht so toll ist sie nicht so toll und Oh Mehr Vanilla Maps würde ich auch begrüßen So was könnte man denn noch sagen Ja 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 Ich fährt mich gerade nicht mehr ein soo Muss mal Ja 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 Doch Ähm Vielleicht dann irgendwie das Anti-Sheet Programm überarbeiten z.B. Funkbuster und irgendwie andere Programme Was Was dafür sorgt dass er halt weniger Spieler im Spiel hätten und dass er weniger Cheater gibt und man es halt unterbindet Weil hier seit Welt 4.3 kostenlos auf Origin ähm angeboten wurde hat sich doch die Cheaterwelle doch etwas erhöht hier Ich muss zugeben ich bin auch hier natürlich kein Cheater sondern ähm ich bin auch einer der der Nutzer dieses kostenlosen Modells hast mir das Spiel nämlich äh Low geholt Hast mir aber anschließend auf die 5 Euro auf Premium Upgradet Upgradet besser gesagt und ja Mal schauen Kommt er hier rum? Kommt er rum? Wo sind die? Oh du liegst hier rum ich hole dich wieder hoch und und ja also es muss dahingehend wie etwas getan werden weil es laufen wirklich so gemeint viel Shooter äh viel Cheater hier servieren also natürlich nicht bahnbrechend viele aber halt wir müssen eins weisend mal bei jeder fünfte Runde mit bei das ist schon ziemlich hoch würde ich sagen so ja und zu dieser DC-Politik von EA will ich ja jetzt dem der Stelle jetzt nicht mehr drauf eingehen das ist eine Sache für sich äh soo Das machen halt nicht so schwerfällig, so kannst du ja sich doch manchmal echt schwerfällig bewegen. Ich rede hier jetzt natürlich nicht vom Tempo, das ist also ok. Einfach von der... von der... von der Steuerung her, von der Bewegung her ist jetzt halt etwas schwerfällig so. So... So... Wir werden ja gleich gewinnen, wenn wir die Runde gewinnen, ok. Mann, wieso? Warum verwechse ich eigentlich immer... ...Defi mit Medipack? Ey, Rom, warum? Verklick mich jedes Mal. Ah, hat er seine Spawnbiegen hingestellt hier? Was zerstört? Jetzt kommt hier vorne keiner mehr? Was war das hier rum? Das ist doch dein eigener hier! Ja! So, wahrscheinlich... ...die alle in ihrer Base... Oh, da ist ein Sniper... ...drüben. Gehen wir wieder rein... ...gehen wir vor... ...gehen wir zum Mautausgang... ...distend... ...verwinden... ...verwinden... ...distend... 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 Komm! Ah, schade! Ja gut, der ist ausgeschaltet Ich sack hier die... ...bonuspunkte ein So, wo ist der? Von wo aus schießt? Mist Ich hab grad niedergehalten hier Du kannst dir selber der Heilung hinlegen, aber ich geb dir trotzdem ein Ich kann mich niemals rückholen Wo sind die? Ja, da drüben, okay, immer noch da Ein langer Durchgang Nein Wie das? Ach, da drüben Okay, okay, aus dem Bus raus Hol ihn zurück hier Steine auf Komm, hol ihn mir, den hole ich mir aus dem Bus So, da werbe ich jetzt ne Schickige Granate rein Oh, bevor ich auch dazu komme, bin ich schon Ja, bin ich schon auf dem Boden Mist Mist Gott arzt, ich schaff' gut Ne, du brauchst was anderes Da oben aus dem Haus Aus dem rechten Haus Mist Mist Wir sind gerade auf Dauerschussmodus Mist 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 Komm her Komm her Ich wollte da echt schon ernsthaft ne Granate werfen Dann wäre ich doch schon gar nicht So So Noch 10 Tickets Das Ding ist durch Und kriegst noch mal ne Heilung hier Oh, oh Oh Na gut Vorbei Das sollte es für heute gewesen sein Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Wir sehen uns nächste Folge wieder Out rein